Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, wir hatten ja noch immer eine Mission zu erfüllen, die wir bis jetzt noch nie erfüllt haben. Also haben wir uns ein paar Sachen zusammengesucht und wir werden jetzt ins End gehen und mal den Enderdrahmen besiegen. Hier habe ich ein Bett. Ich bin mir nicht sicher, ob nachher mein Bett fackelt. Ja, ich werde da reingehen und den Enderdrahmen besiegen. Geht ja ganz schnell. Schauen wir mal, beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Wir haben uns verzaubert und zwar mit... Guck mal, das ist immer noch unsere Plattform. Guck mal, das ist immer noch dieselbe Plattform wie damals. Wir müssen das jetzt schaffen, die Dinger da oben kaputt zu machen. Ohne, dass der uns ärgert. Okay. Gucken. Gucken, hör. Gucken wir noch nicht. Okay, mit denen scheint das nicht zu gehen. Okay. Die greifen nehmen wir noch nicht an. Okay. Oh, warte. Okay. Und schnell runter. Die Dinger müssen wir zuerst zerstören. Hallo. Guck mal, die können wir dann jetzt hier so zerstören. Aha, okay. Wir sind eigentlich gut gewusst, wir haben nämlich den Federfall. Das heißt, wenn wir mal fallen, so wie wir das damals schon der Fall waren, wenn wir jetzt nicht sofort sterben. Da möchte ich dann für die nicht angreifen. Gehe ich mal davon aus, dass die relativ friedlich sind. Ich sehe es halt da oben nicht, ne? Ich will da nicht reingehen. Ich traue mir nicht. Da hinten ist noch einer. Perfekt. Oh, das war zu hoch. Also ja, da gehen wir hoch. Wir werden jetzt hier auch hochgehen. Mal gucken wir uns das Ganze in den Anflug machen. Wir machen uns so eine kleine Barriere, wo eine kleine Barriere rund bei dem gar nichts. Oh. Uff, ist das hoch hier. Ja. Ich schicke mich da. Oh, ein Stückchen weiter. Wait, what? Okay. Oh. Okay, ich muss auf jeden Fall bis da hinten hinlaufen. Das sind eins, eins, zwei, drei, hier. Ich führte mir am besten da hinten hin. Und dann hätten wir den schon mal. Da haben wir zumindest schon mal die kaputt. So, wir laufen außen rum. Der hält sich halt nur noch hier auf, ne? Spannend. Hier ist es doch besser, das hier zu machen. Eins, zwei, drei, sechs. Ich glaube, wir haben jetzt alle zerstört. Der kann sich immer noch irgendwo heilen. Da hinten ist noch einer. Mal hat er uns, glaube ich, gar nicht irgendwie bemerkt, lustigerweise. Französisch. Mal weiß. Mal powiedzia. Ich glaube, jetzt kann er sich nicht mehr hochheilen. Nee, sieht nicht so aus. Okay, das heißt, geht los. Oh, das lädt sich immer. Jetzt habe ich ihn getroffen. Was ist mit ihm? Was sieht denn das nicht? Oh. Was ist mit ihm? So ist das ja doof. Ich meine, außer dass ich schlecht treffe, ne? Oh, die kommt irgendwann runter. Hallo? Siehst du mich jetzt? Oh, die Plattform war ein bisschen größer. Jetzt, dass hier auch keine Endermänner sind, ne? Irgendwie ist das hier komisch grad. So, jetzt treffe ich aber ein bisschen besser, glaube ich. Oder auch nicht. Ich habe noch lange, da waren wir hier mit ihm. Oh, moin, ne? Das ist mit ihm. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ich habe keine Ahnung, was er tut. Gut. Nur auf jeden Fall mal unsere Plattform ein bisschen vergrößern. Das ist alles? Mehr macht er jetzt nicht? Oh, wir haben. Komm her! Oh man! Das ist der Hof, dass er buggy ist, aber was soll ich tun? Okay. Ich wünschte, ich hätte jetzt Maschinengemäher oder so. Geht halt auch nicht einmal nach unten oder sowas, ne? Ja. 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 Noll. Ja. 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 Kann ich dein Ernst sagen? Das kann ja nicht sein. Nicht runterfallen. Naja, machen wir noch ein bisschen in die Richtung. Ich stelle schon fest, dass du in diese Richtung viel lieber bist, als da wo ich stehe. Das ist also überhaupt gar kein Problem. So. Hier, hm? Nein. Nicht hier. Meine Challenge besteht glaube ich mehr darin nicht runter zu fallen, als den Drachen zu besiegen. Okay. Okay. Letzter Schlag noch. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Nein. Doch, wir haben es geschafft. Geht es nicht runter? Oh, kacke. Wow. Oh, freier Fall. Hat es funktioniert. Oh was, so viele Level? Oh, what the fuck. Guckt euch das an, wie viele Level das bringt. Wow. So viele Level. Und was ist das Ei? Okay. 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 Dann. Herzlichen Dank, dass sie Minecraft gespielt haben. Das war das Ende. Ja. Ich würde sagen, wir machen damit dann die Pause, die Minecraft Pause. Wir sehen uns wieder. Wir werden dann wahrscheinlich ein Projekt mit Toni anfangen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.